Wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Wir befinden uns gerade in Sirogoino. Das ist so ein altes Dorf. Ich glaube aus dem 19. Jahrhundert und da kann man noch Sachen besichtigen, wie das früher so war. Das wollen wir uns mit den Kindern anschauen, dass die ein bisschen noch lernen, wie es früher war. Und dann gehen wir hin zu einem Naturreservoir und dann auf dem Weg eigentlich schon Richtung Nisch. Das ist das zweitgrößte Stadt in Serbien, wo eigentlich auch mein Schwiegervater lebt, mit seiner Familie und so weiter. Das ist kein Mangobau? Nein, wir nicht. Die Mangobäume waren viele in Panama und Costa Rica. Wahnsinn. Auf jedem Eck. Da können Sie sehen, was da alles gibt. Alte Schulklasse. Schaut euch das alles an. Ja gut, Toiletten. Das braucht sie nicht schön. Und das werden wir uns alles anschauen. Und mir persönlich ist so eine Lernmethode viel lieber. Wenn die Kinder was sehen wollen oder wir, dann fahren wir einfach hin und fertig. Das musst du dir anschauen. Schau, ganz altes Haus, aber eine Kamera ist drin. Das ist sicher noch Kamera aus dem 18. Jahrhundert. Ich sehe was. So hat man vor 100 Jahren gelebt. Nicht schlecht, aber schaut euch die Decken. Ich glaube, ich könnte mich da nicht einmal strecken, André. Hast du das gesehen? Ja. Schaut euch das an, wie früher Leute geschlafen haben. Einfach am Boden. Da waren mindestens 10, 15 Personen. Aber ich habe gerade gesagt, die haben wenigstens ein Haus gehabt. Wir haben keinen Sinn. Schaut euch diese Kinderbete an. Wahnsinn. Ja, da haben die Wein gemacht. Ich glaube, da waren immer die Männer. Hier haben die Männer geschlafen. Ja, da sind sie nämlich nicht rausgekommen. Ja. So hat man früher Bilder gemacht, André. Ja. Das war immer leicht. André, was glaubst du, was haben die hier hergestellt? Töpfe. Richtig. Wie hast du das erraten, bitte? Ich weiß nicht, muss ich. Muss ich? Ja. Ich habe gerade André gesagt, wenn die nicht brav sind, dann wird das zukünftige Apartment von den Kindern. Das wäre super. Irgendwo sollte es auch aber ein Apartment sein. Apartment sein, ein Restaurant sein. Sorry, Apartment. Ja, das Apartment da hinten. Und das ist, glaube ich, nicht 100 Jahre alt. Und da kann man auch gut essen, wie ich gehört habe. Weil danach haben wir, glaube ich, noch 300 Kilometer vor uns, dass wir nicht hungrig werden. Weil du weißt sicher am besten, wie das ist, wenn vier Kinder im Auto sind und hast lange weg vor dir und die schlafen nicht wie in der Nacht. Stimmt, André? Mhm. Dann jeder hat Hunger, jeder muss aufs WC und bla bla bla. Was ist das? A Post? Ich weiß nicht, was. Ist dein Telefon? Ja. Jetzt werden wir uns den Patrick näher anschauen. Patrick, ich sehe dich durch die Supersohn. Ja, da ist Mama, David, Matej. Ich sehe euch. Braucht nicht einmal so eine Kamera. Aber eigentlich ist das gedacht für das hier, für die Spitze, glaube ich, von dem Haus, oder? Mhm. Was ist das in der Schule? Ja. Ja. Zeig. Boah. Wahnsinn. Ja, wir wollten eigentlich schon weiterfahren. Und dann haben wir das hier gesehen. Schau dir das einmal an. Das sieht so ähnlich aus wie in der Türkei. Das wollen wir uns unbedingt anschauen. Und dann gehen wir weiter. Wie weit ist das? Das ist schon ähnlich wie in der Plitwitze, oder? Ja, wie geil ist das? So. Am besten ist, wenn man mit sowas gar nicht rechnet und dann findet man sowas unterwegs. Das ist so geil. Da. Schaut euch das an. Da fangt das an. Wie in Karlsbad. Wow. Wie in Karlsbad, ja. Eigentlich erinnert uns das bisschen an Karlsbad in den USA, den Vereinigten starten. Da ist nur so tief nach unten gegangen. Neugierig, wie das da aussieht. Wahnsinn. Schön. So, wir müssen jetzt warten. Man kann nur so in den Gruppen reingehen. Und er erzählt dann was über diese Höhle. Wow, es ist so kalt jetzt auf einmal. Er hat gerade erzählt, da gibt es so ein Krater und es gibt mehrere oben. Und egal, in welche du was reinschmeißt, Stein oder so, alles kommt dann hier unten. Das ist auch Wahnsinn. Und irgendeinen Wasserfall gibt es auch noch. Schaut euch das an. Einfach traumhaft stehen, oder? Und da haben wir fast das Schild gar nicht gesehen. Wollten wir vorbeifahren. Diana hat gesagt, bleib stehen. Wow. Siehst du diese kleine Bach da? Er hat gesagt, das kann genauso sein, so wie jetzt. Aber manchmal kann es auch zwei Meter tief sein. Deswegen habe ich jetzt überall so Metalle, Stiegen oder Stege gemacht, weil die aus dem Holz sind schon oft überschwemmt worden. Und das mussten sie immer neu machen. Schaut euch das an. Das wechselt auch immer Farbe. Vorher war rosa, grün, jetzt ist rot. Ganz anders wie in Amerika. Da sieht man wenigstens was. Patrick, da kann man wenigstens aufnehmen. Man ist genug Licht drin. So, jetzt gehen wir zu einem Wasserfall. Lieblich sehr, sehr schön. So, und jetzt sind wir bei dem Wasserfall. Schaut euch das an. Wow. Matja, ich fang gerade die Tropfen von oben. Oh, ey, ey. Du hast gesagt, du bleibst so lange stehen, bis ich Foto mache. Ich habe nur ein Video gemacht, kein Foto. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast es nicht gemacht. Nein, nein, ein Video. Jetzt mache ich wieder ein Video. Mein Mäuschen. So, wer ist der Erste im Auto? Niemand. Niemand? Super Training, der, was die Schlüsse hat. Der, was die Schlüsse hat? Ja. Das bin ich. Na sowas. Und da irgendwo dann oben müssen die Krater sein, wo er erzählt hat, dass wenn du was reinschmeißt, kommt das immer bei dem selben Loch. Soll dich nicht aufnehmen? Okay. Matja, der Bus geht erst. Matja, der Bus? Na sowas. Der Bus ist aber sehr groß. Fast wie das Gelände. Fast wie das Gelände.